Ich glaube, jeder weiß, dass Gladbach eine Top-Mannschaft ist. Wir spielen nicht umsonst jetzt in der Quali für die Champions League. Und wir müssen uns gut vorbereiten, wir müssen uns gut einstellen. Wir sind super motiviert und klar, in dem Derby wollen wir den Fans natürlich auch was bieten. Wir werden uns wehren, wir werden alles in die Waagschale werfen, was wir haben und versuchen einfach, die Punkte hier zu lassen. Gladbach ist eine Top-Mannschaft, die kommen hier als Favorit hin. Aber wir werden alles tun, um denen das Leben so schön wie möglich zu machen. Ja, Vorfreude ist groß. Ich denke, es fängt an zu kribbeln im ganzen Umfeld. Man merkt es in der Stadt, die Rivalität ist natürlich da. Die Leute mussten jetzt wirklich 15 Jahre darauf warten auf so ein Spiel, auf so ein Derby. Und ja, die Vorfreude ist groß.